Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Division 2 bei mir auf dem Kanal. Wir spielen Herrschaft des Feuers und ihr seht, The Ranger freut sich und legt eine Kesselsohle aufs Paket, weil er hat den Kontrollpunkt Efeutunnel eingenommen und das war ein ganz schönes hartes Stück Arbeit, aber wir haben es dann doch am Schluss geschafft. Okay, lasst uns weitermachen. Wir haben als nächstes noch einen Kopfgeldeinsatz, wenn ich richtig weiß. So, zack. Und da schauen wir mal, was uns erwartet. Aha, okay. Blue Jill, Blue Jill, Blue Jill, den aktivieren wir. White Whale, ja. Das können wir überspringen. Und dann schauen wir mal, wo wir hinrennen müssen, hinlaufen dürfen. Okay, das ist ganz in der Nähe. Wir haben ein bisschen Zeit. Falsche Richtung, hier geht's lang. So, wir sind wieder komplett aufmunitioniert. Wir sind bereit. Wir sind motiviert. Noch nicht desillusioniert. Wie gesagt, nach dem letzten Mal, da ging's doch ganz schön zur Sache und hab ich wieder mal die Hucke voll gekriegt. Zum Glück, zum Glück kam dann... Nö, nee, kam eben nicht. Zweimal musste ich hier neu anfangen, weil nämlich auch unser Lieutenant unser... ja, sich hat killen lassen und deswegen muss ich dann nochmal von vorne zweimal beginnen aus dem Safehouse heraus. So. Jetzt müssen wir schauen. Ich glaube, da geht's dann rein. Wo sind die Jungs? Okay. Ja, ich glaube, da müssen wir rein. Äh, nee, stopp. Sind wir schon da? Ja, doch, da müssen wir rein. Ah, da ist er ja. Da geht's los. Die Uhr hört auf zu laufen. Ja, da werden dann jetzt gleich noch mehr Kollegen rauskommen, mit Sicherheit. So, da sind sie doch. Das muss weg. So, sehr gut. Kommen sie raus? Nein. Nein. Dann wollen wir mal weiter. So, wenn ich richtig weiß, müssen wir da einmal durch. Ich hoffe, dass es da jetzt keine Probleme gibt. Ich hab das nämlich schon mal anders erlebt. So, hups. Ja, und dann müssen wir hier durch die kleine Galerie, Gemäldegalerie. So, hups. So. da springt einer rum da sind wir wohl richtig so schönen danke das ding das muss weg das wäre es dann schon fast gewesen das verstecken die sich da unten drin so nummer uno und du sehr gut dass wir erstmal wieder gelesen gut gemacht dann schauen wir mal ob wir irgendwas interessantes haben da hinten gibt es aber noch ein paar raketen für unser waffenportfolio so damit wäre das ganze jetzt erstmal hier erledigt und jetzt müssten wir doch ohne kopfgeldeinsatz war das nicht der richtige quatsch jetzt kommen zu white whale und dann haben wir ja noch einen scared front south den haben wir erledigt den kopfgeldeinsatz werden wir aktivieren stimmt da haben wir drei stück und der ist ganz okay ja gefechtslärm ist wieder zu hören ist da hinten irgendwas nein immer mit einem vollen munitionsbeutel ins gefecht und ups sie nähern sich dem ziel danke sehr freundlich sehr fürsorglich so jetzt müssen wir schauen kommen wir da hoch und dadurch ja ah ja aber da kommen wir jetzt doch wieder schmeidig ganz schmeidig verbündete kämpfer in der nähe was ist da links ich hoffe dass die beschäftigt sind und uns in ruhe lassen weil wir müssen uns um die hier kümmern so da werfen wir einfach mal was in den gang auf jeden fall sind wir richtig die uhr ist wieder mal angehalten so was machen die da ist eine andere party da wollen wir uns nicht einmischen ich vermute da müssen wir wieder ins haus oder wo müssen wir da hin verbündete kämpfer entdeckt ja ja wo ist denn jetzt wo müssen wir lang mr planlos ja wir müssen da ins haus umblick okay irgendwo geht es wieder irgendwo hier rein oder hier runter ja hier sind sie schon ja das ist nicht ganz so geschickt hier so das ist immer so eine sucherei jetzt müssen wir glaube ich irgendwo da links hoch die ich nehmen wir auf dich ja man kann dort lang aber ich glaube wir müssen hier lang okay wenn wir das geschützt da drüben hinlegen dann deckt es uns den rücken ja das war auch okay ja der muss weg der nervt so jetzt kommen sie natürlich von dort so um ihn kümmern wir uns hier hinter uns ist nichts so ist er da nee okay denn sunny weg das ist unser ziel da ist aber irgendwo noch was okay noch weiter hoch ich bin etwas leicht irritiert aber kann auch sein dass ich jetzt nicht ganz auf dem laufende bin oder ist es ach da geht es lang okay aber erstmal alle sein sammeln haben wir hier irgendwas nein nichts von bedeutung und bevor es weiter geht erstmal ein schlückchen nehmen so dann schauen wir mal nach oben ja das ist diese bibliotheksgeschichte glaube ich agent braucht verstärkung so so den hier schon mal aus dem spiel genommen das ist schon mal gut hm 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 ich kann mir vorstellen dass jemand angst vor ihnen haben kann aber nur weil sie noch nie meinen zorn zu spüren bekommen haben cursed stimmt sie haben mir schon mehr als einmal das leben gerettet irgendwas rausgefunden nur dass medizinische spezialausrüstung ans weiße haus geht und es wieder verlässt vielleicht für schäfer vielleicht aber auch nicht um es genau zu sagen müsste ich dort eindringen das wäre selbstmord beobachten sie vorerst weiter tja selbstmord okay ja so das war jetzt gar nicht mal so kompliziert so wie immer die gerätschaften einsammeln ups so was haben wir denn hier was haben wir denn hier was haben wir denn hier okay so mann 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 das ist ja hier das reinste feuerwerch danke danke so da haben wir nichts mehr ressourcen konvoi okay interessiert nicht wir müssen uns jetzt den kollegen cursed schnappen okay fahndung kopfgeld einsatz der mann mit den meisten pech ach das war der kollege der glaube ich irgendwie was gewonnen hat und dann war irgendwie was war ach das war genau und dann war nämlich dieser black friday okay wir werden den kopfgeld einsatz aktivieren und dann schauen wir mal wo uns das ganze hinbringt ich weiß interessant nichtsdestowen nichtsdestoweniger lasst uns losmarschieren dann 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 n dann benderte kämpfer in der nähe sehr schön links runter einen halben Kilometer haben wir da noch zu laufen das ist ein gutes Stück ja ich muss gerade nochmal gucken eine Schnellreise können wir da glaube ich nicht machen gibt es da irgendwas wo man eine Schnellreise ach wir könnten natürlich zu dem Kontrollpunkt das geht auf jeden Fall etwas flotter zum Washington Monument und dann müssen wir in diese Richtung falsch in diese Richtung na da kommen wir gar nicht rüber hier kommen wir rüber so ja da hinten sieht man ja schon die Wahnsinns oder das müssten sie doch sein diese Wahnsinns-Hovercrafts auf jeden Fall wird da unten schon wieder gekämpft und wir müssen eigentlich wo genau hin müssen wir eigentlich jetzt da hin oder da hin ja aber da kommen wir ja nur hin wenn man da hinkommt glaube ich verbündeter Kontrollpunkt entdeckt auf jeden Fall müssen wir dafür sorgen dass die Uhr anhält oha Vorsicht Agent er könnte überall sein so irgendwie muss es doch jetzt hier reingehen ah ja sehr schön die Uhr ist angehalten das heißt wir sind in der Nähe und sind sozusagen in Schlagdistanz so ich habe den Eindruck dass man hier unsere Hilfe gebrauchen kann so ein bisschen wieder aufpassen nicht dass wir wieder hier unnützig an die Gefahr reinlaufen aber wir schmeißen da mal ein Geschütz rein das hilft uns vielleicht ein bisschen beim Aufräumen okay ach das sind okay alles klar ich muss mal wieder überlegen wie wir das wieder hinkriegen irgendwas müssen wir ausschalten ja das bringt nichts was das was das irgendwas müssen wir wieder kaputschen senden wenn die Dinger hier keinen Strom kriegen nur was ist es bevor ich mich hier in Gefahr begebe oha so hier komme ich irgendwie nicht rüber so was ist denn da irgendwas müssen wir doch da machen so wie es aussieht ah So, jetzt vermutlich haben wir deren Aufmerksamkeit. Oha, da versucht mich einer zu umgehen. Nee, nee, mein Freund. So, da hinten springt noch einer rum. Ah ja, man schießt auf mich. Finde ich das gut? Nein. So. So, irgendwas ist hier in der Nähe und das gefällt mir nicht. So, ah, da geht's rein. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ich sage an der Stelle erstmal wieder recht herzlichen Dank. Wir werden uns jetzt mal dem Kollegen Kirst dann irgendwann widmen. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Spiel. Bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage Tschüss, Tschau, Tschürio.